So, F-15C-I, oh, das regnet. So, das ist das Paket. Oh Mann, ist es das, wofür ich es halte? Bestätigt, Hawks, das ist die Air Force One. Der Präsident, seine Familie und die wichtigsten Kabinettsmitglieder sind an Bord. Wir haben sie aus dem Kapitol evakuiert, damit sie nicht Artemis in die Hände falten. Ihre Mission lautet, Air Force One aus der Gefahrenzone an einen geheimen Ort zu eskortieren. November 4, der Präsident und sein Stab sind dort sicher, bis wir wissen, wie wir mit der Lage umgehen. Verstanden, Sir, Sie können auf uns zählen. Wir bringen Sie nach November 4. Tun Sie das, Hawks, viele gute Leute starben, um die Evakuierung möglich zu machen. Ich möchte nicht, dass Ihr Opfer umsonst waren. Hawks, Schwamm, Ihr Igel. Man, bin ich froh, Sie zu sehen. Woh, woh, woh... Woh, 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 woh... Woh, woh, woh. Woh, woh, woh. Keine Sorge, Igel, wir decken Sie, an uns kommt keiner vorbei. Arni, bist du das? Was? Wer? Arni, oh. Alter. Hier 공endage war Tokio gegen die Air Force One geflogen. Hu, hu. Haus, Hawks, hier Citadel. Achtung, mehrere Banditen im Anflug. Kurs 180, hohe Geschwindigkeit. Sie scheinen es ernst zu meinen. Okay, äh, ich nehm rechts, also unten, was? Was? Alles gut, ich nehm die oben, ich nehm die oben, ich nehm die oben. Ich hab mir grad, ich hab grad falsch geguckt, also... Wieso fliegt der jetzt so ne Kurve, der Kerl? Oh, immer die gleichen Informationen, die nerven schon so ein bisschen. Sie haben es, und jetzt los, die Bandit, sehen uns gleich aus. Oh, oh, hast du den vor dir? Wir greifen an, ausführer, Achtung, neuer Banditenkabend im Anflug auf ihrer Position. Ich mach direkt rechts. Oh, ne, hinter mir. Bestandeneinsatzleitung haben Sichtkontakt. Oh, ne, da ist einer durchgegangen. Kipps ab. Da ist einer durchgegangen, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, mach da nicht. Ach, der Typ, der... Den hab ich sowieso nicht geregelt. Ich glaub, da ist direkt einer dran. Ja. Aber wer ist da dran? Ich bin da sehr weit weg. Ne, das kann nicht sein, dass da einer dran ist. Da dürfte keiner dran sein. Aber angeblich ist da einer dran. Ja, doch, doch, da ist einer dran. Warum ist der dran? Ich hab den doch, ich war doch als erstes bei dem... Okay, der ist gleich weg. Der ist gleich weg. Jo. Also als erstes in die Kreisreihefliege. Ja, ist das. Bin dabei. Oh, wie einer abgehauen ist. Komm schon. Okay. Okay. Was die labern? Ja. Falle schnappt zu, wir greifen an. Das hab ich verstanden. Oh, da kommt einer von oben hoch reingeschossen. Ja, der ist bei dir. Ich hab die unteren jetzt weg. Wieso hast du eigentlich schon so viele Kills, ey? Werd schon wieder ganz depressiv. Gut abge... Da ist ne vier... Boah, das sind vier Kills mehr. Ja, es sind vier Kills mehr. Das ist schon für mich ne echte Blamage. Ja. Kann ja auch einmal mehr Kills haben, oder? Ja. Ja, solange du nicht so wie 20 wenige hast. Ja, genau. Weg dich. Nein. Igel neu formieren. Ja, ich bin schon auf Weg zu Igel. Was der für Kurven fliegt? Guck mal, der Pilot ist doch betrunken. Jaja. Der ist doch... der ist doch hack in die Stecke. Hast du nicht grad gehört? Hallo. Trinken. Hallo. Okay, ich flieg langsam ran. Tschuh. Vorbei. Pervo ist vor mir vorbei. Geballert. Nein, ich hab den Heckflügel touchiert. Wuuuuh. Oh, wo ist er denn hin? Nase nach unten und Schub hoch! Ähm, hallo? Ich will da so mal ganz langsam... Weißt du, siehst du auch immer so in so Flugzeugfilmen, siehst du auch immer, wenn sich die Piloten von so Jets... So ganz langsam neben die... Äh... Neben die Dings setzen. Neben das Cockpit-Fenster, weißt du? Wie soll das gehen? Das geht. Ja, wenn der Pilot nicht eigentlich so Faxen machen will... Wicken sie mit den Flügeln. Wien, 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 wien. Wien, 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 wien. Wien, 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 wien. Guckuck! Wie? Ja, aber die bleiben dann echt so voll Ewigkeiten daneben. Wie, äh, Kleber, weißt du so. Ja, gut. So langsam kriegen wir uns fertig hin. Wuuuuh. Links, rechts, wer wo? Ich nehme links... Also auf der Karte links. Von uns aus gesehen rechts. Sie müssen Eagle aus den Reichweitenkreisen auf ihrer Techmap raushalten. Schießen Sie jeden Banditen ab, der zu nahe kommt oder fliegen Sie selbst in den Kreis, damit er sich untermignet kann. Oh man, warum sagen die das immer wieder? Das hat doch eben so super funktioniert. Ja, aber du musst die gleich wegknatzen und dann den nächsten nehmen, ne? Ja. Ah, du bist ja hier momentan der beste Pilot ever. Natürlich. Stabile Erfassung! Wenn der Präsident schon guckt, da glaube ich zu hoch. Stabile Erfassung! Verstanden, ich kann diesen Typen einfach nicht erfassen, egal was ich tu. Crenshaw, willst du uns hier vielleicht helfen? Ja. Mach doch mal. Also ich bin hier Crenshaw. Einer weniger, um den wir uns kümmern müssen. Guter Schuss. Ich bin auch Crenshaw. Sind nicht alle Crenshaw? Wir sind alle ein Crenshaw. Ein bisschen Crenshaw. Jeder ein bisschen Crenshaw? Crenshaw, Crenshaw, Crenshaw. Ich glaube du bist gerade auf meinen. Dann nehme ich den anderen. Ja, ich mag den anderen. Okay, das sind bereits. Genau. Einer ist noch. Der ist jetzt weg. Ja, ja, ich habe den einfach noch am Ziel. Major, sagen Sie mir alles was Sie wissen. Was geht davor? Mr. President, wir arbeiten daran, das herauszufinden. Die Lage ändert sich ständig und wir erhalten höchst widersprüchliche Berichte. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Sir, wir wissen, dass Artemis einen koordinierten Angriff auf die USA geführt hat. Wir glauben, dass sie wichtige Militärzentren und Zivilstrukturen entlang der gesamten Ostküste getroffen haben. Irgendwie hat Artemis es geschafft, unseren Slams-Raketenschutzschild zu deaktivieren. Ebenso einige unserer Kommunikations- und Aufklärungssatelliten. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir nicht, wie groß der Angriff ist oder wie viel Schaden angerichtet wurde. Aber wir rechnen mit dem Schlips. Mr. President, die USA befinden sich im Krieg. Ich schlage vor, dass wir unsere militärischen Kräfte in DEFCON 1 versetzen. Ich verstehe, Major. Aber zurzeit sorge ich mich um unsere Nu. Hier, Eagle. Ich habe eventuell Probleme mit der Kommunikation. Hawks! Hören Sie! Eagle! Hier, Casper! Wir haben dasselbe! Irgendeine merkwürdige Störung! Guten Tag, Mr. President! Mein Name ist Adrian de Winter, leitender Geschäftsführer von Artemis Global Security. Im Interesse Ihrer Nation und meiner Firma möchte ich Sie auffordern, Ihrem Militär den Befehl zu erteilen, die Waffen niederzulegen. Dann muss niemand mehr sterben. Mr. De Winter, die Vereinigten Staaten verhandeln nicht mit Terroristen, auch nicht mit solchen Inmaßanzügen. Terroristen? Sie und ich wissen beide, dass das nicht stimmt. Ich bin ein Geschäftsmann, Mr. President. Mein Geschäft ist der Krieg. Ich habe dieser Firma zu einem Global Player gemacht. Sie haben kein Recht, sich da einzumischen. Ich bitte Sie, Vernunft anzunehmen, Mr. President. Ihr Militär ist uns in jeder Hinsicht unterliegen. In nur 24 Stunden ist es uns gelungen, Ihre Satelliten und Frühwarten zu machen. Ich bitte Sie, um Ihre Systeme auszuschalten und schwere Angriffe auf zivile und industrielle Zentren auszuführen. Für das Wohl Ihres Landes bitte ich Sie erneut, das Blutvergießen zu beenden. Glauben Sie mir, wir haben gerade erst angefangen. Sobald Sie bereit sind, sich den US-Behörden zu stellen, Mr. De Winter, können wir beide wieder miteinander sprechen. Ich versichere Ihnen, Mr. President. Wenn Sie nicht mit mir sprechen, werden Sie mit niemandem mehr sprechen. Das ist ein ganz fieser Kollege. Hm. Ich habe eins vergessen. Ich habe überall falsche Anzeigen an alle US-Flieger. Wir erhalten sehr starke Störsignale auf allen Frequenzen. Quelle unbekannt. Was immer es ist, das beeinflusst unsere Datenleitungen. Also werden auch Ihr ERS und die Zielsuchsysteme gestört. Schwarmführer, Achtung. Wir hatten vor der Störung mehrere Banditen mit Abfangkurs auf dem Schirm. Die können jeden Moment bei Ihnen sein. Das ist jetzt hier 3D oder was? Muss ich jetzt mal ein 3D-Puller aussetzen? Das ist mir auch gerade so. Schwarm Hawks, Sie sind 50 Meilen vor November 4. Sie sind auf der Zielgeraden. So. Nicht auf das ERS verlassen. Während der Störung funktioniert es nicht richtig. Wegen der Störsignale dauert es länger, ein Ziel zu erfassen. Sie werden bald auch das Radar verlieren. Also wenn Sie ein Ziel haben, schießen Sie schnell. Wieso werden wir denn das Radar verlieren? Das ist doch voller sozial. Ich mag das jetzt nicht mehr. Okay, aber da drin kannst du grad voll vergessen. Ja, Mann. Das ist vielleicht Chase Wacker denn überhaupt, ne? Oh Gott, ey. Ist jetzt voll der Krampf, ne? Ja. Es ist vorher schon für mich ein Krampf gewesen und jetzt erst. Ah, es geht noch. Okay, erst erst weg. Ja, ich hab auch einen. Oh, was war mit ihm? Wo ist er hin? Na, na, na. Komm schon, boy. Boy. Komm schon, boy. Jawoll. Und? Eingeklingt. Was? Hawks, Sie befinden sich 30 Meilen von November vor. Sie müssen die Banditen nur noch ein klein wenig länger aufhalten. Dann halt mit der MG. Oha. Oha. Alter. Kein Schaden erzeugt. Alter. Was denn? Der Air Force. Wo bleiben Sie denn? Oha. Äh, was ist Kurte? Die ist grad beschäftigt. Die hat keine Lust mehr. Wir haben grad Kaffee getrunken. Mit unseren neuen Freunden. Ja. Wir haben nochmal neu behandelt. Ja. Das ist voll anstrengend. Ja. Das ist voll anstrengend. Ja. Ich hab' die Trackmap vor. Die Banditen nähern sich Igel. Darf wir dringen? Makete im Anflug. Ausweichen. Scheiße. Schlimmst schweres Band Igel steckt bis zum einzelnen Bandetenboss. Was sollen wir tun? Machete kommt. Ausweichen. Da kommt keiner. Vor allem, ich schwere Tiere als noch. Die ist noch nicht beschlossen. Doch, doch, doch. Die hat direkt einer an den Arsch. Die zwei Stück, die da kommen. Oder drei Stück, die da kommen. Von oben. Die an der Seite, da war's. Ja, ja. Lange halten wir nicht mehr durch. Schwarmführer, hier Igel. Wir nähern uns ihrer Position. Sie müssen den... Zehn Meilen noch. Wir sind fast da. Ja, du bist doch direkt dran. Was ist denn mit dir? Ja, ja. Ja, ja. Lass... Lass sich der Mike. Ich hab' die auch mal treffen würden. Ich hab' keine Täuschker bei mir. Ich weiß nicht, wie viele Jungs ich hinter mir hab'. Das ist voll... Also sehr. Ziel in Schussweite. Oh. Nein. Schmeil noch. Fast geschafft. Zielanflug, den kannst du auch vergessen. Ziel erfasst. So, dann hast du das weg. Uah. Ach, Mann. Ich fahr' die ganze Zeit auf falschen Raketen. Wirkliche Wunder. Nee. Schwarmhawks, hier Igel. Haben die äußeren Sichtzeichen passiert und sind in Verteidigungsreichweite der Basis. Wir sind zu Hause. Hawks, hier Igel. Wir beginnen jetzt den Landeanflug. Danke, faire Hilfe. Sie sind echt die besten Piloten, die ich je gesehen habe. Die hauen ab. Kein Problem, Igel. Stets zu dienten. Aber jetzt was mit Tempo. Aber wenn uns der Präsident einen Orden geben will, sagen wir nicht nein. Nö. Das bestimmt nicht. Hier ist Zitterdown. Hören Sie. Die übrigen Artemis-Flieger brechen den Kopf ab. Die haben genug. Kriegen wir noch. Nein, keine Chance. Du brauchst dich mal anhören und probieren. Vielen Dank, Hawks. Wir landen jetzt. Moment. Der Präsident möchte Sie sprechen. Meine Herren, ich möchte mich gerne persönlich für Ihren Mut hier können und Ihren Willen, mich und meine Familie in Sicherheit zu bringen bedanken. Ich werde nie vergessen, was Sie heute taten. Und ich verspreche, dass das amerikanische Volk davon erfahren wird. Wir haben nur unseren Job gemacht, Sir. Keine Ursache. Mr. President, was nun? Wie geht es jetzt weiter? Schwierig, das zu sagen. Aber ich verspreche Ihnen, dass Artemis für seine Taten bezahlen wird. Erfolgreich. 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 Wir waren einfach nur gut. Wir waren einfach die Besten, Mann. Die Besten, die Bestesten. Ja. Guck mal, der hat nicht einen Kratzer abbekommen. So muss es sein. Bis zur nächsten Mission. Genau. Haut rein. Tschö, tschö.